Zusammen mit zwei Teams in HZI in Braunschweig sind wir in Hibs in Saarbrücken auf der Suche nach neuen Werkstufen, die DNA- oder bakterielle Sliding Clamp haben. DNA- ist ein wichtiger Teil der DNA-Bolymerase, die sehr wichtig für bakterielle Wachstum und Replikation sind. Weil sie einzigartig ist, bietet DNA ein optimaler Target, um gezielt ein Bakterium zu töten. In unserem Labor kochen wir verschiedene Verbindungen, die gegen das Target sowie Bakteriumwachstum getestet werden. Die Moleküle, die bei uns im Chemielabor synthetisiert werden, werden dann hier in der Biologie hinsichtlich ihrer Atme-Eigenschaften profiliert. Diese Informationen dienen zur Vorbereitung unter anderem von in vivo PK-PD-Versuchen bei unseren Kollegen in Braunschweig. Nachdem am Hibs viel versprechende Substanzen synthetisiert und analysiert worden sind, erweitern wir die Charakterisierung. Ich untersuche, wie gut Substanzen von Bakterien aufgenommen werden. Das Protein, DNA, das gehemmt werden soll, befindet sich im Inneren der Bakterienzellen. Hier muss der Wirkstoff erst einmal hingelangen, um wirken zu können. Um dies zu untersuchen, inkubiere ich Bakterien mit den Wirkstoffkandidaten für eine bestimmte Zeit. In dieser Zeit können die Substanzen von den Bakterien aufgenommen werden. Danach arbeite ich die Proben auf und bereite sie für die Analyse vor. Mittels Massenspektrometrie kann ich dann genau bestimmen, wie viel von der Substanz an seinen Wirkort in der Bakterienzelle gelangt. Anschließend untersuchen wir die Pharmakokinetik einer Substanz. Was heißt das Pharmakokinetik? Wir wollen wissen und verstehen, wie sich eine Substanz im Organismus später verteilt. Zunächst gucken wir in In-Vitro-Essays, also zum Beispiel in Zellkultursystemen oder in Enzym-Essays, wie sich eine Substanz verstoffwechseln lässt, wie eine Substanz zum Beispiel, ob sie Toxizität hat, also ob sie den Zellen Schaden zufügen kann, ob sie stabil ist. Und erst wenn die Substanz all diese Essays überstanden hat, dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns die Substanz in vivo, also im lebenden Organismus, an. Warum ist das notwendig? Im In-Vitro-System können wir leider noch nicht komplett feststellen, wie sich die Substanz später verteilen wird. Und das ist das, was wir am Ende in dieser Pharmakokinetik-Studie herausfinden wollen. Also kommt die Substanz auch dort an, wo wir sie wirklich brauchen. Also zum Beispiel bei Lungeninfektionen muss sie am Ende in der Lunge ankommen, auch wenn wir sie erst mal ins Blut gegeben haben. Und wenn die Substanzen dann in diese Pharmakokinetik-Studien gut überstanden haben, geht es dann einen Schritt weiter und wir gucken, wie effektiv ist sie wirklich im Rahmen einer Infektion.